Der Teig war wohl ziemlich sauer. Auslieferer von Pizza erschossen. Auch Busse und Bahnen kommen nicht immer. Zweimal Gelegenheitsverkehr. In Vino Veritas. Anti-Alkoholiker sucht ehrliche Sie. Alles weitere bei einem Gläschen Wein. Mit dieser Beilage ist ein unterhaltsames Frühstück garantiert. Fettarmer Joghurt, zweisprachig. Sogar in der Hölle geht manchmal die Kohle aus. Auch Teufel will ab Januar mehr Kindergeld. Diese Firma hat offenbar ernsthafte Nachwuchssagen. Nur für Betriebsbesamer. Da lacht der Seelenklempner. Bosch Friedrich, Dachschadenreparaturanstalt. Abführen können Sie woanders. Bei Verstopfung hilft die Saugglocke. Der Verfasser dieses Textes war wahrscheinlich schon jenseits von Gut und Böse. Ob auch Tote bei der Explosion ums Leben kamen, war zunächst nicht bekannt. Er hat seine Route immer dabei. Wenn ihr Mann nicht kann, hier gibt's Weihnachtsmänner. Hoffnung für das neue Jahr. Frauen werden 1997 nochmal. Da hilft nur ein Stoßgebet. Der Mönch ist weiter zur Jungfrau aufgerückt. Wir haben das Weihnachtsgeschenk für Ihren Lieblingsfeind. Werkzeugbox. Vom Spezialwerkzeug bis zum Zubehör bleiben Wünsche offen. Hier hängt die Oma gerne ab. Großmutters Beinschinken gekocht. Manche Veranstaltungen sind einfach umwerfen. Meditationsabend. Leitung Brigitte Ohnmach. Hier stehen Sie nun in Reihe und Glied. Frauen zur Hengstparade. Jetzt gibt's den ersten Friedhof für Mantafahrer. Tote werden tiefer gelegt. Das war keine verhängnisvolle Affäre. Seitensprung rettete Läden. Manche Karrieren sind einfach unvermeidlich. Dr. Med B. Knorpel, Arzt für Orthopädie. Also das ist ja wohl der Höhepunkt. Wer zu schnell kommt, den bestraft der Landkreis.